Sie war ja eigentlich nur ein Zielobjekt. Hat mich wahnsinnig viel Geld gekostet. Man sieht sie auf diesem Foto. Nächste Woche entführe ich sie auf einen Romantik-Urlaub nach Teneriffa. Wie bitte? Dafür, dass sie dann am Schluss zu ihrem Ehemann zurück ist. Umbringen könnte, so ein Arsch voll Geld hat mir die Sache gekostet. Also würde ich auf jeden Fall einen Daumen nach unten geben. Die Mandy. Mandy? Die Mandy war nicht vom Mannen. Da bin ich reingefallen drauf. Wieso gehst du denn so komisch? Wie komisch? So breitbeinig. Flitterwochen. Das war bitter. Rödes Weibstück. Warum? Was sie sitzen lassen, Mandy? Eine Beziehung ist doch auch was Geistiges, nicht nur was Sexuelles. Da kommst du ja vor wie so ein Vibrator auf zwei Beinen. Ja, die Theresa. Du hast ein so großes, weites Herz. Ich weiß. So viel habe ich mir erhofft. Hast du schon reingezipfelt? Den Hering mariniert. Der Katze Milch gegeben. Die Schnitzel geklopft. Hm? Franz, es geht doch nicht immer nur um Sex. Und dann doch nichts gehalten. Und wer kümmert sich um mich? Ich bin auch ein Opfer. Also das ist jetzt ernst gemeint mit dir und dem Otto. Ach. Ich bin froh, dass ich meine Jungen hingehabe. Ich bin froh, dass ich j Joycecke hatte. Warum? Ich bin froh, dass ich ...